das fängt wieder so cringe an ok wir gucken jetzt auf jeden fall von teaching man's fashion dem alten bruder und motivationscoach 10 tricks to look better than closest also let's go 8 minuten 14 ich bin gespannt wie ich für werbung der bruder jetzt wieder drin hat und was der bruder uns auf jeden fall mitgeben will ich komme ich habe schwarz t-shirt an was machen wir jetzt macht doch sagt doch der trick von 2015 okay ich mache jetzt alles was er mir vorschlägt okay er meint hoch krempeln machen wir weil diese bizeps muss irgendwann fans auch ganz aus sagen die lieben leute im fitnessstudio so mäßig dreimal hoch gekrempelt ich glaube drei bereich so wann haben wir das gemacht dass ich lügen 2016 was was will also nichts gegen leute die irgendwas hochkrempeln aber ich mache jetzt unkommentiert ich mache einfach nach so wir haben wir haben hoch gekrempelt so weiter geht's ich muss die whatsapp gruppe kommen die nummer schreibe ich mir direkt auf zwei selber proactive two rolls is if you're feeling you're feeling a little more okay 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 trying to be sexy oh okay 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 yeah 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 like you see that tricep exposure yeah 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 it's fashionable yeah if you notice it girls are gonna notice and yeah 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 and nine more powerful ways i'm gonna show you in this video to look better in your clothing let's get started tuck in your belly you see you want this area to look nice tight and firm and whether you're overweight or even fit most men to have this ten willow you will have that willow you okay okay a little a little life saving device forms around your area muffins top a long hando forms whether you're fit or overweight an easy way to fix this also also der bruder sagt atmet nicht so und zieht einfach euer bauch ein Ich schwöre, wird Hund Zehner, ne? Er sagt jetzt, kocht euch T-Shirts mit einem super Stoff, der gut anliegend ist und so weiter, ne? Und dann bewirbt er seine eigene Marke mit Basic Shirts. Und dann noch was es. See, Kunt has so many defects. On top of it not even being environmentally safe, that crap takes 800 gallons of water just to produce one shirt. More importantly than that, yo, it shrinks, it deteriorates faster, it wrinkles easy, and it doesn't breathe and move with you. You don't need to do that anymore. So many brands are giving you high end fabrics that perform better. Let me give you an example. Our Essentials Launch that happens August 8th. We're featuring new pants that feature aloe vera. Ich wusste es. Ich wusste es. Der Bruder ist so dreist, ne? Aloe vera, aloe vera moves better, breathes better and all the natural benefits that aloe vera has, yeah, they infuse onto your skin every time. Aloe vera rosa habt ihr mäßig, kauft Pflanze bei Ikea und trägt als rosa mäßig. See, there's so many brands like that, like Essentials that focuses on performance fabrics that not only make clothing last longer but of course they look better on you. Normal, Bruder. Machst du frisch, machst du Sammelbestellung für den ganzen Hut von mir. Like, that's, that's just one performance move you can do to look better. Like, you wanna know another performance move? Ja, ich will, ich will wissen, ich will wissen. You can do to look better in your clothing? It's a quick one too. Subscribe and hit the notification bell. Ahhhhhhhhhhhhhh. Der Bruder ist gut. Der ist gut. That's it. One two. Subscribe. Hey, hey, will der jetzt 1 gegen 1, oder was? Bevor ich dir ausraste. Five. You do that? Boy, I'm telling you, that's the strongest performance. Der bruder 1 gegen 1, ne? Habt ihr mich jetzt herausgefordert, oder was? Sag bitte nein, bevor ich hier ausraste. This move you can do because you got me. And as soon as you do that. Der will stress, ich weiß, der will stress. Ich sag dem, komm Bahnhof ohne treten. Der kommt nicht. That quick one too. From here on out. Der macht links, rechts, ne? Was klaut da meine Sprüche? Every video that I drop, it's gonna make sure that you look your best. That's performing. Number three, wear accessories, I cannot say this. Hmmm, da muss ich ihm zuschümmen auf jeden Fall. Trag Accessoires. Cloud enough. Accessories are so amazing because you... Warte mal, warte mal. Ich fühl mich richtig behindert mit diesen hochgekrempelten Ärmeln. Ich fühl mich so unwohl damit. Ey, was das, man? Tsch, werd ich hier sauer. So. You don't have to invest a lot of money. You see, whether you're just wearing a basic t-shirt sweater or a bine-up, you can wear a watch, a bracelet, or... Seine Ohr ist doch voll teuer, oder nicht? Ist das nicht irgendeine teure Ohr? A neckless that will instantly elevate your heart. Bestimmt Werbung, 100%. It didn't require you having to go to the mall and invest in a whole new wardrobe to look better. This is why I'm such an advocate of accessories and why I have a massive collection of them. And the best part is, they're not expensive, especially with our sponsor Rose Gold and Black. You can find accessories from a brand like Rose Gold and Black that deliver you quality and the looks that you need. You see, the great thing with Rose Gold and Black, as opposed to many other jewelry companies, they're not tacky, they're actually very elegant pieces, they're minimal, they're thoughtfully designed and that's what you need. You see, let me give you a good example. Yeah, okay, I can understand, they have good accessories. Seit 10 years, he says that. And with very ostentatious and bling type of jewelry, no, 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 no. Wherever you want, and give jewelry a shot. Give it to you. Boah, he's got a light skin eye eye. Wood-o, Playboy, so the sun is kinda hanging on me, so, look at me. Go and pick one of these, pick two or three, whatever you want, and give jewelry a shot. Okay, reicht jetzt. Reicht doch jetzt, Bruder. Übertreib nicht. Immer noch. Immer noch. Hey, Bruder, reicht doch. Ah, okay, jetzt. Hm, okay, 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 okay. Schwarz sieht immer besser aus als weiß. Oh, ein black-outfit immer besser als helles Outfit. Grundsätzlich würde ich dem eigentlich zustimmen, glaube ich. Schwarz geht immer, weiß ich mein. All black geht immer. Wenn du die Klamotten ausweichst, die besser ausweichst, und wenn du zwischen Pfeifen wählst, dann gehst du immer für die dunkle Pfeifen. Nummer 5. Wasch deine Klamotten weniger. Du siehst, je mehr du... Weniger Klamotten waschen. Okay. Wenn du deine Klamotten waschen, je mehr du waschen, die du waschen, dann fadet und die Teile startet. Aber ich wasche auch ungern zum Beispiel so etwas teurere Sachen von mir oft, deswegen ziehe ich die auch nicht oft an. Und zum Beispiel mein Ami-Sweater hatte ich insgesamt vielleicht viermal an. Für ein Bild vielleicht noch, also fünfmal. Also ich hab das natürlich immer noch und es ist einer meiner Lieblings-Sweater, aber ich hab den halt nicht so oft an, weil ich den sehr ungern wasche. So. Weil waschen ist immer minus, Alter. Macht ihr einen falschen Knopf so auf einmal von links, rechts, ist das so baufrei. Man weiß nicht. Wusstet ihr? Kleiner Tipp am Rande. Wusstet ihr, dass ihr Jeans, oder waren das Jeans? Doch, ich war eine Jeans. Jeans müsst ihr nicht so oft waschen, sondern ihr könnt die auch einfach über Nacht oder so, weiß nicht wie lange, müsst ihr mal lesen, aber man kann die auf jeden Fall in die Kühltruhe tun, in eine Tüte, und dann ist die wieder so wie neu-mäßig. Also voll wild eigentlich. Dann müsst ihr die Jeans nicht so oft achten, und dann geht die nicht so schnell kaputt. Krieg 25. Wenn ihr ihr euch anst, oder bestimmte Kühltruhe tun könnt, weil ich meine Kühltruhe tun kann, also wenn meine Kühltruhe nicht schweig oder nicht ständen, dann ist das nicht notwendig, dass ihr sie alle wiederhörteren könnt. Und das macht es, es erlangen die Leben der Kühltruhe, und es bleibt die Farbe, und es bleibt die Farbe, und es bleibt die Kühltruhe, und es bleibt die Kühltruhe, so wie neu wie möglich, so wie es sieht gut an ihr. Nummer 6. Struktur ihr Fohr. Wenn der Name des Spiels ist, dann ist die Fohr-Einheit, then your footwear is the key to it all see the thing is that right now everybody's trying to dress comfortable so when you wear footwear that's very comfortable and soft it has soft sidewalls that form to your foot it loses structure therefore loosening the structure of your entire fit but you can have the exact same fit and decide to wear a structured foot i don't understand what he's saying, i'm not hearing the whole thing i think what he's saying what he's saying where were well i don't understand what he's saying i don't understand what he's saying what's that for a tip whether it's a solid sneaker or a solid loafer or dress shoe and like that you will make the rest of your clothing just look better on you because you structure your footwear Hä? Was? Verstehe ich nicht? Kann mir das jemand erklären? Was wollte er damit sagen? Schicke Schuhe auf schicke Klamotten tragen und sportliche Schuhe auf sportliche Sachen tragen? Hä? 7. Remove the belt. Now, remove the belt. Kein Gürtel tragen? This only works on formal outfits and on pants that don't have belt loops. But when you do that single move, you look money. Alright, if you want to look better, you want clothing to look better on you, opt for pants that don't have belt loops and give that look a try. You see, since you're no longer cutting your body in half with your belt and instead have this sleek uninterrupted silhouette, your whole outfit looks more elegant, there is no hard interruptions, therefore the clothing ends up looking better on you. 9. Start carrying a bag. Now, this could be a chest rig. This could be a backpack. Boah, Front an die Streetwear-Szene. Er sagt, trage keine Taschen, sowohl Umhänge-Taschen, Bauch-Taschen, Watt-Was-I-Taschen, Hand-Taschen, so mäßig. Boah. Front, ich sag so. Also an eurer Stelle, ich würde jetzt 1 gegen 1 machen. Ich sag so, ohne Fitna zu machen. Oh, ok, ok, ok. Nur Accessoires können dein outfit auffetten, ok? But number 2, that accessory itself allows you to neatly organize your phone, your wallet, your keys, your ments, your gums, whatever you stuff in your pockets that gives those awkward bulges and ruins your fits, well you can now take all of that out and put it in your bag neatly and now your outfit looks great because it's not being interrupted and you have another accessory on. And finally number 10. Achso, er meint, dass es gut ist, wenn man trägt, ok, aber ich dachte jetzt, ok, hab ich falsch verstanden, aber das Ding ist, boah, das T-Shirt ist hart, ne? Das T-Shirt ist hart. Aber auf jeden Fall, bevor wir jetzt weiter gucken, äh, er sagt, Taschen sind cool, zeigt einfach so einen Schulranzen, den man trägt, so lol. Einfach lol. Was er macht, was er macht, ist, dass er dein Körper kompressiert und er nimmt keine Unperfektionen, um dein Körper auszuhalten. So, wenn du mal eine Jellyrolle oder was, was du willst, dann kann man trägt auf ein Untershirt, das wird alles auszuhalten, sodass, wenn du das T-Shirt aufzuhalten. Aber jetzt so, T-Shirt über T-Shirt wäre mir, glaube ich, zu wild. Vor allem halt mit Oversize-Klamotten geht das, glaube ich, sehr schlecht. Und das war's. Was lernen wir aus dem Video? Fünf Minuten Werbung. Wie lang? Das Video geht acht Minuten. Was lernen wir aus dem Video? Fünf Minuten Werbung, drei Minuten Trash-Tipps. Bist du auf was das warst? Das war okay. Super. Ich liebe so. Beste. Teacher Banks Fashion, ich liebe so. Das machen wir nur bei Fußball im Winter, ja. Obwohl, nee, Fußball im Winter habe ich auch kein T-Shirt getragen. Wenn, dann so ein langarm Ding oder? Ich weiß gar nicht.